Ja mei, ja mei, ja mei, ein bisschen Gaudi wird's schon sein. Na, na, ja, sorry, Leute, na, dann, äh, Servus, meine Lieben, ich habe fertig. Millionen Menschen in diesem Land haben ein Recht darauf, mit weitreichenden Maßnahmen auf ganzer Linie eindeutig und mit Respekt behandelt zu werden. Warte, um? Daran kann ich mich nicht erinnern. Ich habe früher zu Merkel gesagt, Merkel, 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 guckst du, hörst du, Merkel, du bist Frau. Warum trägst du, Frau, keine Schleier? Sie sagt, ich habe eine schöne Frisur. Ich habe gesagt, Inchallah, aber bei diesem Gesichtschleier ist besser. Er wird, als sei er auf der Flucht vorm Bandelkramer, der versucht, ihm nachzukommen, was nicht klappt, weil der schon schwer nach Meerluft schlappt. Und flucht, weil er nicht mit der Zeit gegangen ist, was er bereut. Der Tod hat leider nur einen Rat, was nicht einmal zwei Gänge hat. Aber man, der muss schon sein. Aber Mann, der muss schon sein. Das war der liebe Kiesbapp und der Wolperdinger. Wir sehen uns am 20. Juli. 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 Wir sehen uns am 20. Juli.